Wir sind hier am Breslauerweg in Köngen. Wir wurden alarmiert zu einem Brand 3 Küchenbrand. Genau, das war so die erste Alarmierung, Sonntagnachmittag. Wo wir hier an der Einsatzstelle angetroffen sind, waren die Bewohner schon aus dem Gebäude draußen. Die wurden von Nachbarn verständigt, denen wir auch den ganzen Wohnblock im Prinzip geräumt sofort. Und wir haben einen Küchenbrand vorgefunden mit Rauhaustritt aus dem Fenster, sind dann mit einem Zährohr zum Innenangriff vorgegangen und konnten innerhalb kurzer Zeit das Feuer auch löschen. Das Feuer hat sich auf die Küche wohl beschränkt, laut Angriffstruppen. Wir waren mit zwei Trupps drin, letztendlich. An der Einsatzstelle waren wir über 30 Mann. Da die Feuerwehr Wendlingen und Werner mit alarmiert war, aufgrund des bei uns stattfindet ein Pfingstfestes momentan, haben wir eine andere Alarm- und Ausrückeordnung. Wir werden das Gebäude jetzt noch abschließend belüften und dann werden wir unsere Gerätschaft zusammenpacken und die Einsatzstelle wieder verlassen. Verletzte konnten wir Gott sei Dank keine beklagen, aufgrund des umsichtigen Handelns der Nachbarn, die die Bewohner aus dem Gebäude geholt haben.